Computer, wie befördere ich den Joker ins Arkham Asylum? Schnellste Route, keine Umwege. Computer, hörst du mich? Hallo, Master Blues. Ich habe gerade die Kindersicherung aktiviert. Gold. Sir, Sie müssen Schluss machen mit diesem ungesunden Verhalten. Sie können nicht den Rest Ihres Lebens allein verbringen, sich schwarz kleiden und zu wenig schlafen. Gute Nacht, Alfred. Sir, es ist morgens. Sir. Sie müssen ein verantwortungsvolles Leben führen. Und das beginnt mit der Erziehung Ihres Sohnes. Es tut mir leid. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, wovon du sprichst. Von dem weisen Jungen, den sie auf der Gala adoptiert haben. Ich wollte da bloß sarkastisch sein. Hallo, versteckte Kamera. Das ist die Batcave. Oh Mann, 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 oh Mann. Batman. Ja, allerdings, wow. Halt, heißt das, dass Batman in Bruce Waynes Keller wohnt? Nein, Bruce Wayne wohnt in Batmans Dachgeschoss. Wow, bekomme ich ein Kostüm? Fass das nicht an. Wuhu! El Mariachi. Das gefällt mir. Das ist kulturunselzibel. Night Terror. Wie gefällt uns das? Damn Batman. Und das hier? Auf keinen Fall. Halt, was ist das da? Das ist toll. Nur leider ist mir die Hose ein bisschen zu eng. Ich habe eine Idee. Kratsch! Viel besser. Jetzt bin ich frei, nichts klemmt mehr ein. Komm schon, Batman, hauen wir rein. Ich kann dir im Moment nur in die Augen sehen. Bist du bereit, Batman zu folgen und unterwegs vielleicht ein paar Lektionen fürs Leben zu lernen? Unbedingt, aber zuerst mal, wo ist der Sicherheitsgurt? Lektion Nummer 1 lautet, das Leben gibt einem keine Sicherheitsgurte. Alfred, ich habe unglaubliche Reflexe. Oh, um Himmels Willen, es tut mir so leid. Sobald ich wieder in der Batcave bin, sorge ich dafür, dass Alfred hier Sicherheitsgurte anbringt. Aber bis es soweit ist, halte ich meinen Arm dahin. Und wir kurven sanft von hier weg. Richtig schön sanft. Hey Computer, ich bin zu Hause. Wie lautet das Passwort? Nene, 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 nene. Batman. Danke. Genial. Minuten. Dämlich. Görnchen. Pange encontrar zu? Verdammt. Untertitelung des ZDF, 2020